Ich habe es besser gemacht. Ich dachte, das war die Ansage. Achso, nee, jetzt. Welcome. Das kriege ich nicht nochmal so gut hin. Ja, mach mal. Wie wir den Ton treffen. Und damit herzlich willkommen zu Für Nüsse, dem musikalischsten Podcast Deutschlands. Ja, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Und bei uns dürfen Sie sitzen bleiben. Bei uns kommt nicht die Bundespolizei. Ja, bei uns dürfen Sie sitzen bleiben wie damals in der 8B. Ich bin in der 7. sitzen geblieben. Echt? Ja. Ich glaube, ich hatte drei Fünfen. Ich hatte fünf in, willst du raten? Rate mal, wo hatte ich meine Fünfen? Mathe? Nein. Deutsch? Nein. Oh, was sind das hier vorvor? Ja, aber was sind denn das dann, du brauchst ja fünf in Hauptfächern, um sitzen zu bleiben, oder nicht? Nee. Echt? Naja, aber da waren auch Hauptfächer dabei. Kunst? Nein. Musik? Musik? Was hattest du denn in der fünften? Chemie? Nein, 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 ich bin in der 7. hängen geblieben, mit drei Fünfen. In der 7. Habe ich gesagt. Habe ich das nicht gesagt? Ja. Ja. Chemie, Physik, was bleibt denn da? Physik, Bio? Bio hatte ich eine Fünfs, richtig? Weil mehr Unterrichtsfächer hast du da damals nicht. Latein? Hatste nie. Erdkunde? Nein. Also auch schon Hauptfächer. Jetzt sind noch Hauptfächer. Ja, bleibt hier noch Englisch? Ja. Französisch? Ja. Oh la la. Bonsoir, messeigneur. Tel Aviv. Und was hatte ich, als ich wiederholt hatte in Französisch? Eine 2 plus. Eine 1. Nice. Ja. Siehst du mal, das fehlt nur am Willen. Das fehlt nur am Willen. Ja. Frau von Haydn, meine erste Französischlehrerin, die hat auch gerne die Klasse geteilt nach. Damals gab es ja Empfehlungen für Gymnasium. Ja. Und die hat halt alle, die keine Gymnasium-Empfehlung hatten, nach hinten gesetzt. Ja. Um halt auch ganz klar zu machen. Klassenkampf. Ja, die Markierung auch ganz klar. Und ja. Das fand ich sehr schön. Ich weiß gar nicht mehr, welcher der Geschichtslehrer war. Der wollte uns so ein bisschen ins Dritte Reich näher bringen. Wie gruselig halt die Handhabung, bevor halt der Holocaust richtig begann mit dem jüdischen Volk, die dann halt so ausgeklammert und nummeriert worden, indem er uns versucht hat, Nummern zuzuteilen. Und wir haben das gar nicht so richtig geschnallt. Und er dann irgendwann nur meinte, Nummer 2, aufstehen, weggehen. Und wir dachten so. Und er leicht so eine schwitzende Stirn bekommen hatte und der Blick so ein bisschen schräg war. Und wir dachten, oh Gott, vielleicht sollte er einfach mal ein Käffchen trinken, der Kollege. Das ist interessant. In Sachsen ja derzeit auch der Schultrend, den Schülern das Dritte Reich näher zu bringen. Naja, derzeit. Ja, ihr seid hier Wölfe oder Schafe. Klassische SS-Dogmatik. Ach, das ist passiert. Nee, nein, das ist ja Trendpartei. Wir haben jetzt heute schon gelesen im Spiegel. Eins unserer beliebtesten Vorurteile stimmt gar nicht, laut einer repräsentativen Umfrage. Der grünen Wähler, der mit dem SUV zum Biomarkt fährt. Was? Wie, das stimmt nicht? Die grünen Wähler sind, was SUVs angeht, unterrepräsentiert. Es sind größtenteils Wähler von drei Parteien. Jetzt darfst du mal raten. Die SUV-Fahrer? Ja. CDU, CSU? Ja. FDP? Ja. SPD? Nee. Was haben wir denn da noch? Also AfD sind zu wenige. Doch, AfD? Ja, ja, ja. Also ich meine, überrepräsentiert im Sinne von, wie viel Anteil SUV-Fahrer unter den Autofahrern sind, im Vergleich zu wie viele Wählerprozente die Partei hat. Und da sind die rechtsliberalen Parteien alle ganz weit vorne. Und 2018 wurde der Rekord geknackt für Erstverlassungen, SUV. Endlich die Millionenmarke. Es ist ein bisschen, man kommt sich vor wie auf Krypton, während der Rad darüber diskutiert, was man macht und der Planet um sie herum auseinanderfällt. Ja. Und alle sagen, ja, das ist ja jetzt nicht. Ja. Ja, mehr Platzverbrauch, mehr Spritverbrauch, höhere Emissionswerte, höhere Abriebwerte, also Feinstaub, Mikroplastik etc. Alles sehr gut. Aber einmal drinsitzen in so einem blöden Stadt-LKW, der einfach nur dumm ist. Ich sehe die Kinder nicht mehr, die ich überfahre. Das ist auch ganz schön. Ja. Anderes Thema seit Montag, hast du vielleicht auch mitbekommen, sind ja die E-Scooter zugelassen, also die E-Tretroller. Es gibt hier so eine ganz widerliche App, beziehungsweise Firmenideen. Ich weiß nicht, ob so ein anderer Hauptstädter auch passiert ist, wo diese E-Scooter zum Anmieten sind. Ja. Das Geile ist, die sind ja klein, wackelig, sehr unsicher, langsamer als normale Roller, kosten aber mehr. Also im Durchschnitt kostet halt irgendwie 10 Cent die, was ist das, Minute oder der Kilometer, ich weiß nicht genau, und bei diesen E-Scooter-Dinger 15 Cent. Aber dafür hast du halt weniger Sicherheit und bist langsamer und bist eine Behinderung. Also dann auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, zwei schöne Meldungen. Es gab schon zwei schwere Unfälle in der letzten Nacht. Die sind seit Montag zugelassen. Heute ist mal, bestand auch noch mal Freitag. Eine Frau ist an der Friedrichstraße, mit einem Laster zusammengestoßen, Knochenbruch am Unterschenkel. Gegen den Laster? Ja. Also da tippe ich mal, dass der Laster nicht über Rot gefahren ist, sondern die hat die Bremse nicht gekriegt. Ja, also ich meine, klar, das kannst du ja nicht abschätzen, die Dinger fahren ja ungefähr 20 kmh. Das ist halt viel zu schnell dafür. Und eine Frau hatte irgendwie einen leichten Zusammenstoß mit einem Pkw, ist auf die Straße gestürzt und wurde von einem kleinen Bus überrollt. Tod. Nee. Auch gerade noch so überlebt mit schweren Versetzungen. Also wenn ich aber auch überlege, also physikalisch ist das Ding auch einfach ein Wahnsinn. Das ist super im Hinterhof vom Kindergarten, macht das bestimmt Mörder viel Spaß, aber im normalen Straßenverkehr. Oder auf einem geschlossenen Messegelände oder wenn du ein größeres Firmengelände hast und die Leute schnell hin und her schicken willst. Aber du hast halt Räder, die sind so groß wie unser Popschutz hier. Die sind so groß wie nur ein Handteller. Und du hast halt keine, das Geile ist, die Federung ist G-Null. Ich bin letztes Mal vom Training zurückgegangen, hinten Rivaler Straße, wenn er runter in diesem Neubaugebiet, Kopfsteinpflaster, da ist ein Typ, er hat das gerade gemietet, fährt vorbei, du hast ja keine Einweise, genau. Der Typ stand mit durchgedrückten Knien, ohne Federung und fuhr, ich sag mal so 10 kmh. Und der ist die ganze Zeit auf seinem Trittbrett gewandert und guckte mit ganz schwitznassen auf den Augen und wenn du das anmietest, hast du da keinen Helm oder so. Das ist ja auch ganz geil. Ja, ja, genau. Du sitzt mit der Hand und hast eine Mütze auf dem Kopf oder gar nichts. Und dann fährt er und ich dachte, Alter, das ist, als wenn du versuchst, über Kopfsteinpflaster das erste Mal im Skateboard zu fahren. Und so sah der Typ aus. Und da habe ich gedacht, was ist denn jetzt die nächste Reaktion, wenn du einfach mal nach links oder rechts oder bremsen sollst? Zumal dieses ganze Bremsverhalten, also du bist ja das Schwerste des Ganzen. Ja, also vor allem du hast ja vorne eine Bremse im Lenker, wie bei einem Motorrad oder Moped und hinten hast du halt noch die klassische Tretrollerbremse. Ja, das ist aber eine Trittbremse. Genau, dass du das Blech runtertrittst. Und wie gesagt, das ist halt beides, also wenn du halt schnell bremsen musst mit 20 kmh auf dem Ding. Ja. Also wir hatten damals ganz normale Tretroller im Kindergarten. Da gab es halt nur die Rücktrittbremse und das war halt dann auch irgendwie logisch, weil da die Energie zu nehmen und nicht wie beim Motorrad alles vorne. Und natürlich bremsen die Leute vorne an der Längsstange und dann segeln die natürlich. Du beschleunigst ja auch vorne an der Längsstange. Das ist ja nur... Das müsste irgendwie der Aufklärer sein. Jedes Bremsmanöver bedeutet Unfall. Jedes. Also normale Abbremsen nicht, aber echt ein starkes Bremsmanöver einfach nur von 20, 15 kmh Vollbremsung reicht vollkommen aus. Du segelst vorne rüber, das war's. Wie schnell das ist. Und du beim Fahrrad, wenn du da 20 fährst, merkst du halt schon, dass du ordentlich in die Pedale treten musst. Ja. Dafür. Nee, ich meine, aber da ist es halt physikalisch... Ja, genau. Aber auch du merkst halt deine Anstrengungen, du kannst es halt nicht dauerhaft im Straßenverkehr halten. Aber da stehst du halt easy drauf und wirst einfach durch die Gegend... Es gibt ja... Also eigentlich müsstest du eine Einweisung... Also allein dieses Motorrad- oder Fahrradbremsen durchgedrückte Arme kannst du da auch vergessen, weil du so mit deinem Kippmoment ja noch viel erhöhst. Du müsstest eigentlich in die Knie gehen, total mittig stehen, von unten die Arme durchdrücken, dann am besten hinten die Energie wegnehmen. Also alles, was in dem Ding gar nicht machbar ist. Ich würde ja sogar eher sagen, wahrscheinlich wie auf einem Snowboard das Ding rechtwinklig rechtwinklig zur Fahrtrichtung drehen. Ja, aber da... Und abspringen dabei. Ja, das schon. Ja, Abspringer. Also das ist wahrscheinlich das sicherste schnelle Brechstern über. Aber da hast du ja dieses schöne, breite Arme aufrecht, wild laufen gegen den LKW auf der Kreuzung. Ja, ich meine, du... Wie gesagt, die sind im Leben nicht sicher genug für das Tempo, was die können. Die hätten in Deutschland nie im Leben eine Verkehrszulassung bekommen dürfen. Ja gut, aber wer hat da Finger im Schwieger? Scheuer oder was? Scheuer, ja. Wieder so eine bescheuerte Idee. Mit unseren sieben Milliarden Euro-Maut... Nee, das war noch Dobrind, sein Vorgänger. Ah, aber er hätte das doch mit unterstützt. Ja, sicher doch. Scheuer es doch jetzt... Wer die Verkehrspolitik der CDU-CSU wählt, der bekommt, Zitat, Premium-Politik. Geil, ey. In Form einer goldenen App. Hat der eins zu eins so gesagt, der Dobrindt? Eins zu eins so gesagt? Muss man sich mal vorstellen, ne? Wahnsinn. Ja. Zum Glück keine Aufreger-Themen heute. Nee. Wir sind immer ganz schön befreit davon. Alles ganz, ganz, ganz easy. Ich gucke ja immer so ein bisschen nebenbei in meine Plantage aus Granatäpfeln. Wollen wir uns hier so einen Carb-Killer teilen? Klaro. Welcher Geschmack? Ich weiß gar nicht mehr, was ich da geholt habe. Das ist Geschmack-Grenade. Mmh. Jaffa. Nee, Jaffa-Cake. Jaffa-Cake. Ja, das sind diese Soft-Cakes. Ähm. Der, der, erzähl mal kurz, bevor ich das... Äh, Flughafenriegel aus, äh, aus Stansted. Naja, du musst ein bisschen weiter ausholen, warum und sonst was. Ja, ich darf gar nicht so viel sagen. Ähm, ich habe ein Non-Disclosure-Agreement unterschrieben. Nein, nein, nein. Ich meine, äh, warum du mir... Achso, ja, genau. Das meine ich nicht. Ja, mit dir meine ich. Äh, äh, Dirk und ich zahlen uns einen Netflix-Account. Eigentlich haben wir... Das darf man offiziell nicht sagen. Eigentlich haben wir den Deal, dass wir das in Bier machen, aber in letzter Zeit so wenig trinken. Wir zahlen alles in Bier zurück. Ja, habe ich, äh, jetzt, äh, ja, du kannst dich schon mal auf deine 10%-Provision, wenn das mit dem Überjob klappt, in Bieren freuen. Ja, die haben ein bisschen gelitten in meiner Tasche. Die hat sich nicht mehr gemeldet. Äh, die war die Woche ein bisschen beschäftigt. Ich habe ihr nochmal geschrieben und ihr habt den Kontakt von dir gegeben. äh, gegeben. Ja, ja, aber die hat mir geschrieben und hat gesagt von wegen, lass mal morgen Nachmittag skypen. Okay. Hat sie mir vorgestern geschrieben. Ja. Habe ich ihr vorgestern zurückgeschrieben. Alles klar, bis vier kann ich. Okay. Und gestern kam halt nichts mehr. Ich habe ihr gerade nochmal geschrieben und sie hat geschrieben, danke nochmal für den Kontakt und die meldet sich noch, Steph. Okay. Also, ähm, keine Sorge. Ja. Ähm. Ja. Ach, du fein. Ja, naja, ähm, und ich habe in London Stansted halt, äh, am Flughafen im Duty-Free lauter, ähm, Kraftriegel geholt. Wie gesagt, London auch günstiges Pflaster, was alles angeht. So ein kleiner Snack im Kaffee, 20 Pfund. Oh. Gutes hast du? Mmh. Mmh. Hat auf jeden Fall diese Bitternote von alten Proteinriegeln. Aber vorher die Konsistenz, kriege ich nicht in Worte. Oh, die Orange ist aber auch. Ach, das ist das Eklige. Das Orangin. Ja, ja. Oh. Hätte ich jetzt vorher sagen sollen, dass ich sowas hasse? Ich habe sowieso einfach. Wow. Jeffer Quake. Das ist so wie diese, kennst du diese, nicht diese Semmel, sondern die, die Stollen. Stollen mit diesen. Ah, ja. Gut, aber hast du den hinter dir? Mmh. Mmh. Hätte ich jetzt, glaube ich, lieber ein Kosel mir reingeschmissen. Mmh. Aber eins reicht auch bei dem Wetter, wir sind betrunken. Leider noch nicht unser Sponsor. Kosel Dark. Ein feines Wurstbier. Gute Werbung, Kosel. Gute Werbung. Mmh. Mmh. Ich glaube, ich habe es auch nicht ins Winchester geschafft. Hm. Den hat mir Remy damals gezeigt. War gut. Er meinte, einfach mal so einen Riegel im Mund reinpfeifen, wenn du mit dem Mädel redest und dann die Matsche, die da vorne an die Schneidezähne drücken und dann sie einfach nur anlächeln. Was hast du gesagt? Gute Neuköllner Eckkneipenlächeln. Ja. Ich finde es immer noch tierisch lustig. Ich weiß nicht warum. Das ist so wie so ein guter Pimmelwitz. Kann man ja auch nichts gegen sagen. Nee. Nee. Guter Pimmelwitz geht immer. Also, ich habe mal eine Trainingsfrage heute mitgebracht. Hast du denn letztes Mal schon deine Olympia-Sportfrage gestellt? Naja, aber jetzt geht es eventuell um ein konkretes Projekt. Jetzt hängt jetzt alle um Zahn. Was ich dir heute geschickt habe. Hast du mir heute geschickt? Achso. Ninja Warrior Green. Was wahrscheinlich irgendwie so ein Samurai Warrior heißt. Wie ich den Einfallsreichtum des deutschen Fernsehens kenne. Hast du dich da beworben? Noch nicht. Aber ich würde uns beide mal eintragen. Keiner mal schicken. Ich wette, da sind irgendwelche 19-jährigen austrainierten Extremsportler. Ja, aber wie kriegen wir uns da auf Peak Fit? Das ist die Frage. Ja. Wir haben ja nicht, in den USA gibt es ja ganz viele Ninja Warrior Hallen. Ja, aber in Berlin gibt es ja mittlerweile auch. Gibt es eine? Und Köln. Geil nach Köln. Naja, weil das ja mittlerweile in Deutschland hier, RTL hat das doch gekauft. Also für Deutschland oder für deutschsprachigen Raum. Also es gibt schon so Trainingshallen dafür. Ja, also auf jeden Fall habe ich das gesehen bei, wie heißt der Pumper? Kevin Wolter. Ah. Oder Wolters. Ja. Ja, und der macht ja gerne mal mit seinen Stofftieren, weil ich übrigens ein richtig lustiger Name finde, weil er ja bekennender Stoffer ist und seine Freunde halt auch. Die waren ja früher die Hardgainer-Crew. Wird der Titel ja okay, aber ich finde Stofftiere als YouTube-Kanal finde ich schon sehr lustig. Ganz geil, ja. Und die Stofftiere machen dann halt immer den Scheiß, den sie früher als Hardgainer gemacht haben. Unter anderem haben sie sich, glaube ich, mal so einen Contest gegeben gegen so, ist das Ei aus der Hose gefallen? Gegen so Ninja-Warrior-Anwärter oder Cracks oder sowas. Und das ist ja halt ein Parcours, der komplett nicht gelaufen wird, sondern das ist ja quasi so alle, grob zu sagen, die ganzen Hindernisse von, nicht Tough Mudder, aber so Exletics aneinander geknotet. Und das ist ja, für sich sind die einzelnen Dinger, finde ich, so herausfordernd. Die Scheiße ist, du musst sie schnell machen. Und das ist immer das, wo mir, glaube ich, der Spaß ein bisschen flirten geht, wenn ich schnell irgendwo... Ja, Spaß hat er, den können wir an der Tür abgeben und an den Haken hängen. Ja, aber die einzelnen Dinger nicht immer machbar, machbar. Aber wenn er so beim siebten Hindernis ist und wieder hangelt oder irgendwas balancieren muss, dann denke ich, ach scheiße, das macht dich platt. Also es macht dich nicht irgendwie einmal rüberschwingen platt und einmal hochklettern, das macht dich nicht platt. Aber halt einfach diese Masse an den Scheißdingern. So zum Beispiel gibt es ja so viele Hangeldinge am Stück, dass du halt irgendwie schwingst, dann bist du an Haken, dann bist du an Tür, äh, Treppe. Also was es auch gerne ist, irgendwie war da halt die Treppe von unten quasi. Also wenn du so wie offene Treppenstufen hast, die dann halt hoch und wieder runter gehen und du bist halt nur die Treppe, hangelt sich nur die Treppe hoch und wieder. Oh, ich breche gleich runter. Und solche Sachen. Da ich dir ja, diese Griffkraft, was du ja permanent trainierst, wo ich ja nach zehn Minuten mache der Unterarm zu und dann sieht es halt nur, wie Teller so aufgehen. Ich habe gestern nämlich von Magnus Mitböe, diesem norwegischen Kletterer. Der an zwei Fingern Klimmzüge macht? Ja, an einem Finger. Easy. Tumpf von mir. Der bereitet sich gerade auf Ninja Warrior vor und der hat dieses, wo du mit der Stange von Stufe zu Stufe springst. Ah, was Green Arrow in der Serie hat. Und das halt, auch über Treppenstufen, aber auch horizontal. Ja. Und das war früher, waren das mal Plattformen und beim Training hat er auch Plattformen gehabt und jetzt sind das so Gummischnüre, so ein bisschen Einsacken dabei. Ach du Scheiße. Und dem ist gestern die Stange in der Mitte durchgebrochen. Und mit der Stirn gefangen oder was? Ja, der hat einen Cut, natürlich. Also ich meine, der hing halt daran, ist runter und also es ging halt von einer hohen Stufe runter, einen ganz schönen Drop auch. Das waren halt so 50 bis 100 Zentimeter. Ja. Und dabei ist die Stange durch, wo du natürlich, also kannst du ja null damit rechnen. Ja. Und die hat einfach voll gegen die Stirn bekommen und über der Augenbraue einen Cut davon getragen. Ja. Und natürlich war halt auch, und das war ein guter Run, den er da gerade hatte. Ja. Der war natürlich auch abgebrochen aus Materialschwund. Also das war halt ganz schön räudig. Ja, ich glaube also auf jeden Fall müsste man, also ich müsste, also ich merke, das steigt sich jetzt langsam, steigt langsam durch regelmäßiges Kraftmagartraining, aber Kondi, also die Kondition, die ist nicht zu unterschätzen, die du alleine das, du bist ja oft bestimmt in Positionen, wo du irgendwo hängst oder dich klammerst und denkst, wie beim Klettern wahrscheinlich auch, wie ist mein nächster Schritt. Ja. Weil du kannst ja nicht von vornherein sagen, ich gucke mir jetzt alle 17 Hindernisse an, alles, also klar kann man auch, aber ja. Bisschen schachmäßig so, aber ich glaube, drinnen bist du manchmal und denkst, ach scheiße, das ist hier rutschig, das ist länger, hier ist gar kein Grip für die Finger oder irgend sowas. Ich glaube ja, uns würden die, wenn die uns einladen würden, als die beiden Stoffel einladen, die man am Anfang verheizt in der Show. Also ich habe vorhin auch gedacht, als du es gesagt hast, naja, es ist eine TV-Show, das bedeutet primär Unterhaltung. Ja, genau. Also du fändest es langweilig, wenn da, weiß nicht, 20 Leute antreten und die können es alle um Bums und dann geht es immer so um hundertste Sekunden. Du brauchst so ein paar Kartoffeln, die halt einfach schon beim Namen sagen oder bei den ersten drei Schritten sich tierisch aufs Mett legen. So eine schöne Gesichtsbremse vor dem ersten Hindernis hinlegen und dann gibt es Schnitt und die dann im Interview mit Kai Optenhöfel und Vollverband oder sowas. Ja, sag mal so, also die Zähne waren mir noch nie so wichtig. Alles gegeben, alles gegeben. Hier lang, alles klar. Willst du erst mal schlucken, du blutest gerade im Mund. Ja, es geht. Also, war so wünsig, Frank. Ja. Also deswegen, ich würde nicht ausschließen, dass sie halt uns, weil wir einen Unterhaltungswert haben. Ja, aber das sieht man ja vorher nicht. Ja, okay, man kann ein bisschen googeln und dann sieht man ein paar Sachen. Ja, man schreibt doch ein bisschen was in die Bewerbung. Ich habe mal draufgeklickt auf den Link. Du hast gesagt, das sind zwei eklige Altherren-Podcastler. Ja. Zwei geile Hunde. Ja. Ja, man kann sich als Zweier-, Dreier-, Vierer-Team- oder als Einzelläufer anmelden. Geil wäre es aber auch, wenn der Parcours unterschiedlich wäre, dass man sagt, das schaffst du nur zu zweit, das schaffst du nur zu zweit. Die Frage ist halt auch, weil es in der Formulierung war so, und du hast jemanden im Nacken, ob die halt so einen Tim Wiese hinter uns angesetzt haben, der uns hinterherläuft und uns, haschmich, ich bin der Frühling, erwischen muss. Ja, also Wiese, der hat halt Geld und Zeit für so einen Scheiß mitzumachen. Ja, eben. Und der kommt halt einfach nur an, dann packt dir die Beine und zieht dich dann, weiß nicht, mit dem Hals oder sowas über eine Rohrstange. Ja gut, aber bei Timmy kann man sagen, Timmy, ich würde mal sagen, ein Heschneebrö ist für dich drin, wenn du jetzt nicht volle Leistung gibst. Also ich finde es aber auch ganz geil, wenn es von der Idee so wäre, nicht von wegen, weil das hat man schon hundertmal gehabt, ein, zwei, fünf müssen alle durch den Parcours, sondern einer muss es schaffen und man hat dann je nachdem so viel Verfolger und der andere ist immer dicht auf und hilft ihm, falls man irgendwo nicht hochkommt, aber gleichzeitig schützt er ihn auch vor den Verfolgern. Das heißt, so eine Wiese kommt und einer von uns beiden muss entscheiden, wer springt Wiese jetzt mal ins Gesicht und wer klettert da hoch. So, und wenn du oben bist, dann muss Wiese halt mal kurz absteigen irgendwo und dann kann man wieder weiter. Timmy, 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 du kannst uns weiterverfolgen, aber vorher musst du dieses Rätsel lösen. Vor einer Tür, der eine ist ein Tiger, hinter dem anderen, Schatz, stehen zwei Wächter. Einer sagt immer die Wahrheit, der andere lügt immer. Na Timmy, Timmy, was machst du? Ja, ich sag mal, hallo Jungs. Ja, grüß dich Jungs. Ich würde sagen, ich mache beide Türen mal auf, gucke was dahinter ist. Ziemlich gut. Ziemlich gute Wiese. Melodie drin, ja. Da habe ich weiter, was denkst du denn? Ich glaube, es ist jemand, der dich wirklich, also halt so im Fangstil einmal erwischen muss. Wenn es heißt, dir ist jemand auf den Fersen oder aber du hast einen parallelen Parcours. Also das klassische Packen. Ja, oder du hast halt die gleichen Hindernisse und der andere muss dich einmal überholen. Habt ihr früher als Kind Packen oder Fang gesagt? Fang. Okay. Ihr habt Packen gesagt? Also ich glaube, wir hätten beides. Hast du bei Zapfumzüge fangen gelernt? Das wir hätten auf jeden Fall auch Packen. Hasch mich. Ich bin der Frühling. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Weiß ich nicht. Scheiße. Nee, was ich eigentlich wissen wollte, was du glaubst, was man dann halt da machen muss. Weil deine Frage ist ja, wie man sich fit dafür macht. Also es ist ja sehr Ninja Warrior. Ich würde jetzt mal vermuten, es ist ein absoluter Ninja Warrior Abplatz. Ich würde sagen, Konditionen klettern, oder? Das ist das, was die Leute machen. Also du machst ja eigentlich. Ja, aber halt nicht nur Konditionen. Ich glaube, das, was mich halt richtig erwischen würde, wären dieses Sprints. Sprints gibt es da? Naja, das sind ja ganz viele Schnellkraftsachen, die halt wirklich so eine Sprintkondition brauchen und halt die Rampe am Ende. Und die ist bei Ninja Warrior ja nicht zu vergleichen mit der bei Tough Mother und so. Ja, stimmt. Die ist richtig ordentlich. Ja, und du hast keinen Anlauf. Du hast halt drei, vier Schritte Anlauf. Und das, ich bin ja echt. Ja, du musst da ein bisschen Parcours-Style schon draufhaben. Also schon ein halber Wallflip, außer dass du nach hinten willst, sondern weiter nach oben. Ja, und ich bin ja echt kein guter Sprinter. Also so mittelmäßig, aber halt diesen Peak innerhalb von drei, vier Metern hinzukriegen. Naja, bei mir war, glaube ich, alles schwierig, weil mit dem Klettern bringe ich halt einfach ein ordentliches Eigengewicht ohne Technik mit. Also ich glaube, wir würden halt wahrscheinlich vorher drei, vier Mal klettern gehen. Würde ich nicht mal. So eine maximale Vorbereitung, wie bei der Kletik. Wir machen das drei, vier Mal. Naja, ich meine, wir haben ja wahrscheinlich nicht ewig Zeit und so ewig Vorlauf werden die den Leuten ja nicht geben. Ja. Aber, und außerdem, also gerade am Anfang, die Haut geht halt, rapide flöten. Aber es gibt ja jede scheiß Show mittlerweile schon, ne? Ja. Es gibt ja das große Springen, Bounce, die Show oder sowas, wo die einfach nur, die machen halt auch sowas wie Ninja Warrior, aber jedes Hindernis ist irgendwelche Trampolin-Action. Kleine, tausend kleine Trampolin, ein großes, du musst durchrollen, du musst von irgendwelchen komischen, sieht ein bisschen manchen Mario-lastig aus, wie du von irgendwelchen Pilzköpfen hin und her springen musst. Das ist alles so ein Scheiß. Und das macht dann halt auch hier, wie heißt der, Haschi, Hoshmi, Hutschi, Schutti, keine Ahnung, dieser komische Moderator, der damals immer Schlag den Rad, äh, die Spielshows moderiert hat. Der ehemalige Fußball-Moderator oder was war? Oder Kommentator? Ja, das ist, könnte Optin-Möbel sein. Bushi, Bushi. Bushmeier. Frank Bushmeier, Bushi. Und der ist ja mittlerweile voll in RTL-Moderator, alles weg. Und der macht, glaube ich, auch Ninja Warrior und dann gibt's, ich weiß nicht, ob das RTL oder ProSieben ist, das große Packen oder Fangen, da geht's wirklich nur ums Fangen und das halt mit Hindernis. So, da hast du halt dann Leute, so Parkour-Läufer, die sagen dann von wegen, ja, fang mich doch und da ist dann halt, keine Ahnung, ein Türstück, Schrank oder irgendwas und die klettern halt ein fixter Hof und so dann kommt der andere nicht hinterher. Und die müssen dann immer aushalten. Es geht ja um 30 Sekunden aushalten oder eine Gruppe zu fangen oder im Labyrinth. Also es ist halt, die ganzen Kinderspiele sind gerade TV-Shows. Hase und Jäger. Fischer, Fischer, welche Fahne wird heute extended? Der Buhmann geht um. Bei uns hieß es der Plumpssack. Der Plumpssack? Stimmt, was war das mit dem? Der Plumpssack geht rum, wer sich umdreht oder lacht. Kriegt die Hucke voll gemacht. Ach, die Hucke. Ja, also ich wüsste, ach. Das wäre aber auch schon ein gutes Fernsehspiel. Oder Völkerball? Gab's auch schon. Gab, natürlich. Gab's, ob es war ProSieben, das große Völkerball. Also deswegen, die ganzen Kinderspiele, das ist alles schon passiert. Da kannst du klicken. Gut, ist es also wie so ein Brennball-Parcours? Was war nochmal Brennball? Auf Zeit, Brennball ist so wie Baseball. Ach, ja, ja, ja. Ja, zu einzelnen Hindernissen, ne? Genau, genau. Also das war, gab's halt in normalen Stationen und unser Sportlehrer hat dann halt immer so Hindernisse aufgebracht. Du musstest dann halt am Reck hängen oder auf dem Barren im Stütz aushalten. Das hatten wir auch. Bei uns war es, Herr Klenemickel, der hat dann immer auch Brennball-Hindernisse gemacht und das waren immer so Militärhindernisse. Ja, ja, genau. Das hat dann halt so Ringe aufgepackt und man, ihr müsst halt recht, links, recht, links, recht, links, oder da unter. Die haben wir die Bank umgedreht und da unter durchrobben. Der eine oder andere hing drunter fest oder drinnen fest. Ich hab schwere Knochen. Du bist fett, Basi, du bist fett. Du bist hier nur sicher, wenn du im Stütz bist. Ja, genau. Okay. Das war aber echt ganz geil. Da ist doch echt Zeit, wenn die da auf dem Barren rumhängen. Da gab's dann die Version mit diesen großen Stoffbällen und dann auch die Assi-Version für die Fänger mit Tennisball. Oder einfach mal der Gag auf dem Stand loslassen, einfach nur. Aber ich denke mal, ich weiß nicht, das gibt's entweder schon oder ist auch in der Mache, Brennball, die Show. Ja, ja, sicher. Mit Brennenden Hindernissen, damit's spektakulärer ist für die Zuschauer. Modelliert von Mario Barth. Wie heißt denn die Show überhaupt, wo du uns anmelden wolltest? Weiß ich nicht, das stand nicht dabei. Das ist ein noch unbekanntes, noch unbenanntes Projekt, aber die, die mir das geschickt hat, die hilft öfter bei mir. Ach, ist das die, die uns immer anfragt, von wegen, wir brauchen ein Paar, was für zwei Tage sich auf einer Roseninsel einsperrt oder so? Von der hatte ich, glaube ich, auch den Kontakt mit der Moderationssacher für dieses Rennsporting. Ja, ja, genau. Die hat ja uns immer angeschrieben mit so unangenehmen Sachen. Ja, genau. Da kommt das auch her. Genau, ja. Ja, aber Alter, weißt du aber auch ganz genau, dass das halt eine Bezahlung sein würde oder beziehungsweise gar keine Bezahlung oder 50 Euro oder sowas? Ja, aber 50 Euro würde man den Parcours schaffen. Haben wir nicht haben, ne? Ja, sag ich mal. Ja, cool wäre es natürlich auch, wenn so ein nicht reines Kletterhindernes Ding wäre, sondern auch sowas wie beim Ninja Warrior in Amerika gibt es ja halt auch so, wo du halt dann einfach Gewichte da hochheben musst, also so Tore, sonst kommst du nicht drunter durch oder so. Dass man wirklich so eine Kombi haben muss, dass man sagt, sonst hätte man ja ganz klar so einen schlanken Kletterathlet, ist halt von Vorteil, aber wenn es halt an der Tür ist, dann hat er Probleme. Der Mitböhr hat auch bei der, also der ist halt auch noch stark, aber Mitböhr, dieser Norweger, aber der hat auch diese Hindernisse, wo er von so einem Campusbord, also so einem ganz engen Holzbrett, zum nächsten springt. Und halt wirklich sich auch nur mit den Fingerspitzen abfällt, ich sage, oh meine Güte, ey, wenn man mal einfach nur dranhängt an den Dingern, merkt man schon, wie viel Zug da drauf ist, aber dann halt auch irgendwo hinspringen. Oh, Gottes Willen. Wenn man wahrscheinlich seine Finger mal unter der Lupe nimmt, dann hat man so ganz viele kleine Zacken, die Zunge einer Katze oder so eine Spinnenfüßchen oder so. Ungefähr so, also der ist halt echt für seine Statur auch, weil er halt relativ klein ist, also irgendwie unter 1,80 und kräftig gebaut, also nicht so die ideale Physis für einen Sportkletterer, wenn man es mal mit der Weltspitze vergleicht. Also der ist echt ganz schön gut drauf. Ganz schön gut drauf. Ja, aber ich meine, also normalerweise sind die Leute, die halt wirklich gut im Sport klettern sind, einfach groß und schlank, also so in der Weltspitze. Die halt überall reinkommen und nicht so viel Gewicht dann halt. Ja, genau. Du kannst halt wie eine Spinne dich irgendwo langen. So Björngröße. Björngröße, mein Gewicht. Ja, schon ganz gut. Nee, das aber da halt vorbereiten und gesagt, wovor ich halt richtig kotzen würde, wären diese ganzen Balance-Sachen. Balance. Wo du halt über mehrere Medizinbälle oder so über ein Wasserhindernis musst. Ja, das habe ich auch gar nicht drauf. Also das hat mich, glaube ich, beim letzten Xletics gesehen, wie wir da abgelost sind. Und da warst du ja noch, du warst ja technisch mäßig immer auf die nächsten Condons. Und ich dachte von denen, ja, rennen und versuch, weiß ich, mit dem Kopf zu halten oder so. Ja, ich bin, mich hat dann nicht Hybris gepackt beim letzten Schritt, wo ich dachte so, jetzt habe ich sie geschafft. Und dann schön ins Wasser gegangen. Hat das nicht, wie hieß die, die Johanna oder wer da mit war bei uns? Hat die es nicht geschafft? Die habe ich geschafft, ja. Die war durch. Nee, nein, nein, die ist hinter mir abgestürzt. Wir sind beide fast mit dem Kopf zusammengestoßen, das weiß ich noch. Die war eine Bahn neben mir. Letztes Jahr habe ich es geschafft. Da habe ich es halt so gemacht wie du, dieses Jahr. Ja, also das funktioniert ganz gut. Mit einem muss ich vortösten, den anderen dann nachziehen. Ich glaube, ich war dann irgendwann auch auf allen Vieren drauf. Aber dann habe ich so gedacht, ja, das ist dann auch irgendwann nicht mehr so spaßig. Die alte Wurm-Methode, immer den Hintern hochziehen. Das ist so Robben-mäßig durch die Mitte ziehen. Ja, also Schritt für Schritt, das hat ganz gut funktioniert dieses Mal. Ja. Also auch, wenn ich den letzten verkackt habe, aber es war mehr oder minder. Also, ich kenne dieses Gefühl halt total vom Klettern, wenn du irgendwas, bist viel weiter gekommen, als du gedacht hast. Und dann lässt plötzlich die Spannung im ganzen Körper nach. Ja. Weil du halt nur noch denkst, wie bin ich hierher gekommen? Dann ist der letztlich, ah. Ja, also sowas. Wie würden wir sowas trainieren? Also Balance wäre richtig schlecht. Muss ich echt sagen. Ich weiß nicht, ob mein Mittelohr mal punktiert wurde, als sie sich mitgekriegt hat. Als sie ihren Stift ins Ohr gesteckt ist. Oder wie Hummer in den Nase, so ein ganzer Stift. Armada. Ja, wie würdest du halt Gleichgewicht trainieren, wenn das halt irgendwie ein bisschen zersägt ist? Stand-Up Paddling. Ja, irgendwie sowas. Obwohl das halt einfach sehr stabil sein soll. Das siehst du halt auch bei den ganzen Anfängern. Das ist halt einfach, weil das Board so lang ist und relativ breit, ist das glaube ich gar nicht so. Also ich glaube, da wäre Longboard fahren oder sowas komplexer. Oder wir kaufen uns in der Kletterhalle im Oswald so ein Balanceboard, was auf so einer Rolle ist und liegt ein Brett drauf. Also was heißt Balanceboard? Das ist eine Rolle und ein Brett drauf. Wie gesagt, kannst du das nicht selber machen mit dem ganzen Ebay-Equipment, wo der im Garten liegt? Habe ich sogar hier eine Rolle und ein Brett. Was haben die hier eigentlich heute wie dumm am Geländer geflext, ey? Ey, passt doch nichts hier. Man muss alles zu flexen. Ja, aber du hast echt das Gefühl, dass sich jemand da so eine Rohrstange nimmt und oben sagt, ja, wir brauchen Winkel. Ja, dann flex die zwei Hälften, ich schwarz fest hier. Am geilsten ist eigentlich, heute Morgen, als ich aus dem Haus bin, stehen die halt unten im Innenhof wie bestellt und nicht abgeholt. Gucken mich an, sag mal, dein Schlüssel passt ja hier eigentlich für einen Seitenflügel an. Wir kommen nicht hoch zum Arbeiten. Was? Ja. Zum Seitenflügel. Spreche ich leise. Dann musste ich ihnen halt auch noch die Tür aufmachen. Sag mal, hast du eine Flex da mal irgendwie hier? Wir haben ja gar nicht gewusst, dass das gar nicht passiert, oder was? Also vor allem, es stand jetzt auch ewig leer und es fehlten halt noch die Türrahmen für die Aufzugtüren. Wofür raus sind Rahmen für die Tür? Ja, eben. Es ist viel mehr Durchzug, wenn die Türrahmen raus sind. Ja. Scheiße auf die Zerge. Meine Güte, ey. Kannst du einfach alles zuspachteln mit schönen Bastelzementen. Was halt so rumliegt. Moltofühl, Play-Doh. Hin und weg. Oder hol ab. Gibt's noch hol ab? Ist das so eine Getränkekette in Niedersachsen? Oder nur Hannover oder so? Ich glaube, hin und weg war auch sowas. Ist das immer so geil? Hol ab. Hau ab. Nimm mit. Hol du doch ab. Direkte Konkurrenz. Wir haben auch Wasser ohne Sprudel. Uwe, hast du gelesen? Die ganzen stillen Wasser. Ach ja, nicht drüber nachdenken. Ich meine, ich trinke ja eh nur Leitungswasser, deswegen ist das alles so gut. Aber du bist ja so ein Saskia-Verfechter. Ja. Ich brauche meine Kohlensäure sonst. Ja, aber die Kohlensäure hat, glaube ich, gar nicht so schlecht abgeschüttet, weil die desinfiziert. Das ist alles richtig gemacht. Aber am geilsten fand ich halt irgendwie so ein Bio-Wasser in Glas und bla bla bla, wo sie schon gesagt haben, da würden sogar Menschen nachweislich, die leichte Immunschwäche haben, so Kinder und Ältere, könnten da auch mal schön den Magen sich verdrehen. Oh, schön. Bei schöner Bio-Quelle. Nee, Sprudel oder Leitungswasser für mich. Wusstest du, dass kleine Krebse im Wasserwerk als Kontrollmechanismus dienen? Also da, wo quasi das gereinigte Wasser durchjagt, ist es in deutschen großen Wasserwerken, unter anderem hier auch in Berlin so, dass so ganz mini kleine Flusskrebse da rumpimmeln und die sind krasse Indikatoren, ob es gut ist oder schlecht ist. Du Harry, Wasser ist wieder schlecht. Nee, weil die echt so auf Nanogramm-Veränderungen im Wasser reagieren und dann sofort hops gehen und dann sagen sie immer, oh Mensch, hier, der Helge, der ist weg, der ist tot. Der Helge? Ja, die haben hier bestimmt Namen. Also wie Kanarienvögel. Ja, im Endeffekt so das Prinzip. Okay. Und deswegen hat das Wasser hier so eine leichte Scampi-Note bei uns. Ah, gut, ne? Aber es ist also nicht vegan, das Leitungswasser hier. Eben. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ein lieber Kokoschinski schreibt das gleich wieder auf. Ja, doch stattdessen lieber das gute Bio-Wasser, das dir den Magen verdirbt. Ja, aber da ist, glaube ich, alles nicht ganz sachte. Aber immer noch besser als das abgefüllte Wasser, was ich in England bekommen habe. Eieiei, englisches Mineralwasser aus der Flasche. Kein Geschenk. So ein bisschen wie Wolwig, aber... Wolwig ist auch... Ich finde vielleicht eine Bitternote schön bei Wolwig. Seife, für mich ist es so ein bisschen Seife. Ja, das ist ja so ein bisschen Jeva-Fun. Ja. Das finde ich... Also da haben sie auch gedacht, das ist für alle die, die sagen, ne, wer alkoholfreies Bier trinken will, der soll Saft trinken oder so. Ja, wie das Motto schon sagt, Jeva-Fun, alkoholfrei zum Abgewöhnen. Ja, aber da bist du eigentlich auf einem guten Punkt, weil wir müssen ja auch unsere Ernährung umstellen. Das, das, ja. 30, 70 haben wir gesagt, was ist denn heute mit einem Dialekt los? Ja, also für alle, die uns in unserem Privatgespräch nicht zugehört haben neulich. Haben wir das privat besprochen? Ach so. Ja, also 30 Prozent Training, 70 Prozent Ernährung für die Fortschritte. Ja, also beim Kraftsport. Also ich habe es auch mal als 80, 20 gehört. War das bei reinen Kraftsport oder war das bei... Ich glaube, da ging es allgemein um Sport. Ja, das war... Aber, ja. Aber da habe ich gedacht, ich hatte ja 50, 50 irgendwie im Kopf und 30, 70 fand ich halt krass. Weil ich dachte jetzt so, was, was das quasi bringt, so das Training, das man so regelmäßig macht, aber was das noch viel mehr bringen würde, wenn ich einfach nur mal so auf so einen Fressplan mich halten würde. Aber da hätte ich ja so gar keinen Bock. Ja, da müssten wir, glaube ich, richtig umstellen und zwar radikal. Ja, ich meine, jeder hat ja unterschiedliche Ziele bei uns und ich glaube, ich wäre der Typ, der einfach zu oft fressen müsste und du müsstest halt zu oft am Stein lutschen oder so. Also ich weiß ja echt, ich würde mal sagen, so ein Profi-Kletterer, der ist halt richtig kohlenhydratarm unterwegs, oder? Nee, gar nicht mal so. Oder ist das so ein Fahrradtyp, der so verbrennt ohne Ende und sich morgens... Ja, so eher. Also es ist... Die haben ja auch dann oft halt so zwei, drei Sessions am Tag. Aber du isst ja morgens deine Schüssel Müsli oder sowas. Ja. Das heißt, du müsstest dann aber nicht morgens eine Schüssel Müsli essen, sondern neben der Schüssel dürftest du halt dann noch so 500 Gramm Nudeln reindrücken. Ich glaube, die Sache wäre halt einfach viel mehr Obst und Gemüse zu essen, als ich das aktuell mache. Aber das ist doch gar nicht... An reiner... Kohlenhydrate. Nee, aber an reiner Biomasse. Ja, da brauchst du doch dann... Ich müsste, glaube ich, auch so um in Topform sein, so vier, fünf Kilo runter. Also für so einen Ninja Warrior. Ja, aber ich dachte jetzt, der Kletterer, der verbrennt doch so viel. Ja, aber ich komme ja nicht mehr auf die Verbrennungswerte in den, sagen wir mal, drei Wochen Vorbereitungen. Ja. Also da geht es halt echt eher darum, so die letzten... Sagen wir mal, zumindest zwei Kilo. So zwei Kilo weniger wäre schon, glaube ich, ganz gut für die ganzen Hindernisse. Ich will aber gar nicht abnehmen. Ja, es geht um 50 Euro, Dirk. Ich will ja zunehmen. Für jeden. Wäre doch viel geiler, wenn es heißt... Kannst doch danach, kannst du ja von den 50 Euro ordentlich Nudeln kaufen. Wäre doch viel geiler, wenn es heißt, der Kollege hat das mit 100 Kilo geschafft. Wahrscheinlich bereiten wir uns eher auf das vollkommen falsche vor. Die Sache ist, ich weiß ja auch gar nichts. Du hast das eine Ding, der du geschickt hast. Das kann ja sonst was heißen. Keiner weiß da was. Das kann ja auch irgendwie von wegen, wir optimieren, fangen auf dem Schulhof. Bloß mit Helm oder so. Warte mal, ich rufe mal live den Link auf hier. Ja, ruf mal Link Zender an und fragst, was soll das denn? Du hast Spaß an Bewegung und stellst dich gerne neuen sportlichen Herausforderungen. Allein oder im Team hast du bisher jedes Abenteuer gemeistert. Dann bist du bei unserer neuen Primetime-Show Pimmel Deutschlands. Genau richtig. Primetime. Wir suchen gerade für eine neue Physical Game Show. Sowohl weibliche als auch männliche Sportbegeisterte. Allein oder im Team von bis zu vier Sport Buddies gilt es, einen Parcours aus mehreren Herausforderungen und einen starken Verfolger im Nacken zu meistern, um am Ende das ganz große Geld mit nach Hause zu nehmen. Bist du bereit für den Lauf deines Lebens? Dann bewirb dich als Einzelläufer oder melde dich zusammen mit deinem Sportteam an. Das hat so normale Daten. Wie lange treibst du schon Sport? Welche Sportarten übst du aus? Was sind deine sportlichen Stärken? Nimmst du regelmäßig an Wettkämpfen teil? Wenn ja, an welchen? Was war dein größter sportlicher Erfolg? Was du uns noch erzählen möchtest? Maximal 250 Zeichen. Hast du bereits an Fernsehsendungen teilgenommen? Wenn ja, wann und an welchen? Fotos hochladen? Nicht diese Fotos. Hier bin ich unten ohne beim Kochen? Ja, also. Aber die Herausforderungen können ja auch sowas sein wie, hier, is 500 Gramm M&M's und go. Während der andere auf dem Fahrrad Spinning macht. Und dann tauschen. Und immer Bourbon zum Runterspülen. Okay, das ist so ein Ninja-Warrior-artiger Parcours. Du machst aber den Mund am Anfang voll von M&M's. Und spuckst sie am Ende in eine Schüssel. Und wer die meisten M&M's am Ende in der Schüssel hat, hat gewonnen. Und man muss die M's auf den M&M's noch lesen können. Versuch nicht Speichel zu produzieren. Mach immer den Mund auf und nach oben atmen. Also ehrlich, würde ich mir ansehen. Sicher, dass du zwischendurch nicht einfach mal RTL und ProSieben schauen willst. Weil da sind die schon ziemlich dran an dem Fetisch gerade, was da an Shows abgeht. Hier sieht man noch meinen Fleck. Ja. Stock. Nice. Ja, probiert mal. Hast du ihn gebremst oder ist er trotzdem noch durchgekommen? Der Fleck könnte beides bedeuten. Nee, ich habe tatsächlich gebremst. Also Stockabwehr, verschiedene Art. Und gesagt, wenn es hart auf hart kommt, dann muss man auch mal den Arm reinhalten. Ah, habe ich halt gemacht. Aua. Es gibt verschiedene Porno-Titel, die ähnlich klingen. Wenn es hart auf hart kommt oder den Arm reinhalten. Bei deutschen Pornos beides. Widerlich. Das ist auch nochmal Sendung. Ach, weiß ich gar nicht, wenn ich so lange drüber reden möchte. Nee, da kann man echt mal kurz sagen. Das ist also, wenn du dir immer so überlegst, wann man Sexualität alles und dann einfach mal dich mit deutschen durchschnittlichen Pornos beschäftigen. Richtig geile Sperma-Fotze von sechs Männern durchgefickt. Da kannst du dich echt abgewöhnen. Ja. Jetzt auch mit dem Eiweißriegel im Bauch ein bisschen blümerant. Ja, also ich habe ja das Training von Magnus Midby bei dem Ninja Warrior gesehen. Gott, wie oft hast du den Namen ja schon gesagt. Und so ein paar andere Kletterer bei diesen, die haben so eine Halle in London. Und ich, also es gibt halt so ein paar, das ist ja glaube ich, also das Hangeln, das wäre alles relativ einfach für uns. Aber es gibt halt welche Teile, das ist einfach nur so eine Hangel. Ja, guck mal, wie lange, wie Wahnsinn. Ich bin ja glaube ich dann technikbefreit mit Kraft unterwegs und du bist dann so der Gamsbock in der Wand. Ja, das ist das eine, wo du dich beim Xletics lang gehangelt hast, das war echt, das war eine interessante Technik. Du bist immer mit dem einen Arm vor, hast den anderen nachgenommen und dann wieder so. Also immer links geführt und dann rechts nachgezogen. Das Sicherheitsding, weil wir das ja schon mal gesehen haben, dass du da abgespielt bist, weil du gesagt hast, ich schwinge durch. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie viel Schlamm an den Griffen dran ist, ich weiß nicht, wie rutschig meine Hände sind. Aber ich hätte zumindest die Arme gewechselt. Achso, nee. Das hat mein Hirn nicht mehr hängen gekriegt. Gibt es hier nicht. Nee. Ja, die Techniken sind auch mehr entstanden beim Klettern als... Ja. Also kann ich nur empfehlen. Unser Xletics-Video haben schon über 3000 Menschen jetzt gesehen. Leck mich doch im Schritt, ey. Auch ein weiterer deutscher Pornetitel. Die alte Leck mich doch im Schritt, so irre. Ja. Fernfahrer ergänzt privat. Von Ebenau bis nach Saarbrücke, mal 40 Grad im Channel. Ja, meinst du denn, da wäre ja so deutsche Spielshows, ist ja nicht zu schade, da wäre halt auch so ein Hindernis drin, wie der heiße Draht. Oh, das wäre auch geil. Weil es heißt ja Physical Game Show. Das wäre aber ganz geil, wenn du ganz lange die ganze Zeit kletterst und weißt, der Unterarm, die Hände zittern schon. Ja. Du bist relativ flink am Atmen und dann heißt es so heißer Draht. Hoch, hoch. Aber dann das alte Ding von Ulla Kock am Brink. Die 100.000 Mark Show. Auch gut, was man damals halt noch, wie wenig du bekommen hast bei solchen Sachen. Ich gucke nur auf meinen neuen Ficus Ginseng, den ich von Lidl habe. Bewegt der sich oder was? Nee, aber guck dir den Lümmel doch mal an. Schon wieder ein Pornotitel. Wieso warst du schon wieder bei Lidl, ey? War gestern. 4,99. Die haben noch ein paar da. Aber heute musst du nicht, oder was? Nö. Oh, scheiße. Scheiße. Ich kann aber auch noch mal. Schon wieder ein deutscher Pornotitel. Muss nicht, aber ich kann noch mal. Das habe ich letztens auch beim Dreh gehört, vom Regisseur. Irgendwer meint ja, geht es jetzt weiter was? Oder können wir jetzt wieder? Ich könnte schon wieder. Ich kann immer. Und dann mit diesem Blick einmal rum. Und ich dachte, oh, wirklich. Leben ist kein Pornofilm. Die Frau will immer, der Mann kann immer. Bang, boom, bang. Ja, gut, ne? Ja, aber kann ich nur empfehlen. So einen kleinen, ne? Ficus Ginseng. Schon ein ganz schöner... Was sind jetzt hier für Socken? Kein Wenzmann da. Die habe ich Dortmund aus London mitgebracht. Ja, da sind sie am günstigsten. Ne, sie wollte irgendwas aus dem Disney Store haben. Und ich dachte ja, ich hätte überhaupt keine Zeit, weil ich gleich wieder zum Flughafen muss. Aber der Dreh war so entspannt, dass ich noch den ganzen Vormittag frei hatte. Dann dachte ich, ja gut, dann... So, es waren dann doch ein paar steile, völkische Thesen, die ich hier vorgestellt habe gerade. Du bist mit der Maus ausgerutscht. Ja, okay, das kann den Besten passieren. Ja. Wo warst du denn hängen geblieben? Socken aus London. Ach nee, du wolltest mir nicht erzählen, was da passiert wird. Das müssen wir off-air besprechen. Ach, schade. Dann müssen wir doch einkaufen gehen. Dann nehmen die auch so einen Lümmel mit von den Bäumchern hier. Wieso muss ich denn auch so einen Lümmel kaufen? Na, die findest du nicht? Hier 4,99 Euro ist ein guter Deal für so ein kleines Bäumchen. Ja, ich bin aber nicht so geil auf jede Pflanze. Ich finde zum Beispiel meine Red Caribbean ganz geil. Die hat mittlerweile sechs Blätter schon rausgeschossen. Echt? Also meine sind noch relativ klein. Das sind die im Kleinen da? Genau, im Kleinen. Nicht in dem Silbernen. Nee, in dem Silbernen, das sind die Granatäpfel. Nee, bei mir sind die schon größer. Echt? Aber die haben bei dir auch keinen Platz. Ja, aber die haben auch noch keine Wurzel. Also bei mir sind die sogar, ich hab die ja in diesem Pott, da war ja so viel Erde drauf. Ich zeig jetzt gerade mal fünf Zentimeter. Und ich hab den hochgegoben. Das Gute ist ja, der ist transparent. Unten schon, dass die sich in beide Richtungen geschoben haben. Und ich würde sagen, so Daumenlänge, daumenlange Wurzeln am Boden schon. Das heißt runter und dann nach rechts und links. Deswegen wollte ich dich eigentlich fragen, wann ist Zeit dafür, umzutöpfeln? Also eigentlich sollten die sich noch ein bisschen, aber ja. Also wenn die schon sechs Blätter haben und die sind, ich würde mal sagen, zehn Zentimeter hoch. Wenn du so kleine Töpfe hast? Nee, das nicht. Aber ich hab ja diesen Blumenkasten. Ja. Und da ist nur noch rechts eine Pflanze. Und links ist eigentlich alles frei. Aber ich weiß natürlich nicht, ob die irgendwie ihre Energien dann klauen. Das ist halt so eine Sache. Du weißt ja nicht, wie viele Nährstoffe die ziehen. Und ich weiß halt auch nicht, was passiert, wenn dir dann halt deine Frucht rauskommt. Und ob das generell irgendwie, keine Ahnung, das Capsaicin sich nur in der Frucht dann anreichert oder auch im Wurzelbereich und dann halt mir dann halt alles verschärft und die andere Pflanze sagt, tschüssi. Ja, aber sterben die Wurzeln schön weg. Ja, oder burn. Obwohl Capsaicin ja auch einfach nur das Hirn reizt und das ja in dem Sinne keine Schärfe ist. Also was für eine Spannende. Na gut, er weiß ja nicht, was das bei Pflanzen macht. Nee, ich würde mal die Granatepfeil diesen hat, also denen scheint es nichts auszumachen, dass sie da recht wenig Platz haben mit den Wurzeln. Aber die müssen doch auch irgendwie hoch. Ja, aber ein bisschen können die doch. Aber ja, prinzipiell. Aber ihr links, deine Esch ist tot oder was? Nee, die kommt wieder. Wenn ich überlege, wie gut die unten aussah, dann nimmt sie Klaus raus, schneidet immer Kopf und Füße und alles ab und dann hat er ja noch so einen krummen Klumpen. Ehrlich, die Blätter mussten ab. Die waren schon abgestorben, die hatten nicht genug Wasser bekommen für die Blätter. Das war die Notfallmaßnahme. Ich überlege, wie meine Esche aussieht, die ich aus dem Kern gezogen habe. Ja, das war wahrscheinlich das Problem, dass sie nicht von vornherein die Wurzeln in dem Topf wachsen lassen konnte und dass sie halt nur diese tiefen Wurzeln hatte. Probleme eines Ninja-Worries. So eine Scheiße. Hier brauchst du eigentlich hier so eine komische Action-Jackson-Outdoor-Hose mit Cargo-Rechts-Links-Taschen und noch tausend andere Taschen. Eigentlich nicht, ne. Ich habe mir irgendwie eine bestellt, die ist dummerweise ein bisschen kurz. Ja. Und ich habe keinen Bock, die wieder irgendwie zu... Nee, ich bin eigentlich gut. Eine Kampfhose und so. Nee, ich habe mir neulich noch so eine Freizeithose gekauft. Was ist denn eine Freizeithose? Das klingt ja, als wenn der Vorstand von der Süddeutschen hier gerade... So eine Chino. Chino beim Segeln. Es geht nicht so über. Für den nächsten Ausflug auf den Golfplatz. Na mal so. Vielleicht ist ja auch ein Golfen-Hindernis. Hauptsache der Typ fasst mich nicht wieder so an. Ich fand es ganz angenehm. Ja, vom Außen. Das ist geil, dass er einfach nur mit Gewalt den Arm gerade gedrückt hat. Das musst du bei jeder Sportart mal machen. Das Gute war, ich habe mitbekommen, wie die Technik ist, aber wurde von ihm nicht angefasst. Ich hatte beide Vorteile. Ja, ich habe gedacht, wenn ein von der sagt, du bist Rechtshänder, das heißt, rechter Arm durchgedrückt beim... Nee, linker Arm durchgedrückt beim Schwung. In der Mitte sind beide gerade und rechts knickt der Einwanderer durch, schwingt. Verstehst du? Ja, theoretisch schon. Probier es. Viel Spaß. Und nicht, der muss gerade... Wir merken aber, dass es gerade nicht passiert. Ja, aber der muss gerade. Wirk stand da und denk an deinen Happy Place. Lass es einfach passieren. Ja, so ein schwitzender Franzose. Er kommt an deinen Körper, aber nicht an deine Seele. Ja. Peter hatte mich gefragt, ob wir nächste Woche nochmal gehen. Und ich dachte, nee, ich bin erstmal, hab's erstmal durch jetzt. Also, das war jetzt Erfahrung ganz lustig, aber jetzt die... Also, ich putten vielleicht, aber Driving Range, das war ja so... Ja, also, ich meine, das ist halt günstig, aber ich hab auch keine Lust, da jetzt hinzufahren, um da... Ich hatte den nächsten Tag Muskelkrater, das Gefühl. Ja, die auch ein bisschen, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Irgendwo so Arme und Lat-Schrägstrich-Trapeze in der Ecke. Also, hochziehen und... Hochziehen! Hochziehen! Um ganz viele Kriegsfilme mal zu zitieren im Flugzeug. Ja, ich würde gerade sagen, klassischer Top-Gunschpruch. Ja. Uh, Dunkirk ist jetzt, glaube ich, bei... Also, falls ihr euch nicht gesehen habt, nicht auf den Rechner schauen. Nee, auf den größtmöglichen Bildschirm. Ja. Schließt euch ein im Dunkeln und guckt dann, Kirk, ohne Pause durch. Aber das ist halt... Gönnt euch keine Auszeit. Ich glaube, das wirkt nicht. Ich glaube, das ist ein Kinofilm. Ich glaube, du kriegst halt nicht diese angespannte Stimmung... Ja, du weißt halt, dass du immer kurz mal Pause machen kannst und rausgehen. Ja. Und im Kino hängst du halt einfach mit drin. Ja, aber du wirst dich halt auch... Ja. Ich glaube, das Ding wirkt nicht so anders. Ja. Aber im Kino war es ein böser Knaller. War ich... Ja. War bis abends noch fertig. Ja, da waren wir... Das war noch in der Lampe, in dem Royale. Und dann noch... Ja, zu dritt. Also, das hat uns ja alle total runtergewaschen. Also, ja. Das war schön, ja. Ja, nee, wirklich. Also, echt ein beeindruckendes Kinoerlebnis tatsächlich. Also, nicht nur, wenn man einen Film... Und Philipp hat nicht seine zwei Liter Bier weggeschlürft wie normaler? Philipp war nicht da. Ach, der war eigentlich dabei? Der war mit Oskar. Ah, nur Oskar? Ja. Okay, dann lag es vielleicht da an. Ich fand auch schön, wie wir dann zwischendrin... Wir haben uns immer mal umgeschaut, ob die anderen auch so verkrampft im Kinosessel sitzen. Ja, weiß ich gar nicht. Weil wir waren halt alle irgendwie so... Du hast ja immer noch auf dem letzten Drittel des Sitzes gesessen. Ja, du hängst ja auch fest. Also, ne? Danke. Guter Film, wenn man es noch nicht gehört hat. Was ist denn noch gerade irgendwie? Wie, was ist denn noch gerade? Nee, auf Netflix dachte ich gerade, so zur Entspannung, für die aktive Regeneration in den Trainingspausen. Ich bin gerade in einer Serie drin, die aber schon ein paar Tage läuft, die ich schon tausendmal im Fehlen gehört habe. Und jetzt habe ich angefangen. Und ich mag, also ich muss grundlegend sagen, wenig Schnitte, wenig, was ich so zum Kotzen finde. Musik, die dir in den Szenen immer sagt, was du denken und fühlen sollst. Oh, das passt hier, das passt ganz gut. Ich habe nicht jetzt Madman angefangen. Ah, ja. Der Adman. Das Intro ist ja dann, glaube ich, Bojack Horseman, dass die da so ein bisschen dran angelehnt sind. Weil Bojack ist doch, dass der so im Pool fällt und fällt und fällt. Und der Adman ist ja auch so ein Schwarz-Weiß-Comic, genau. Und der stürzt auch. Und dann hat er halt die Frauen und den Alkohol und diesen schlimmen Job und alles so. Und da habe ich so ein bisschen an Bojack gedacht. Ja. Dass die sich quasi, weil das ja älter ist, an Madman orientiert haben. An Don Draper. Aber das finde ich halt echt ganz geil, dass die halt auch im Stil dieser alten Filme oder ich weiß nicht, ob es damals so viele Serien gab, aber du siehst halt einfach, dass Szenen wenig Schnitte haben. Und das halt einfach keine Musik oder ganz wenig. Und das finde ich so, dass du sehr, ich habe letztens, was echt nicht leicht ist und was ich total schwierig finde, weil es so mördergehypt ist, ich habe mir Dark die zweite Staffel reingezogen. Alter Finne. Also ich mag die Geschichte. So die Story finde ich ganz gut. Aber irgendwer hat auch teilweise bekannten und guten Schauspielern gesagt vorher, ihr spielt alle, als ob ihr auf der Bühne steht und ein Geheimnis habt. Und so spielt jeder. Jeder spielt halt übertrieben. Da ist im Atomkraftwerk, kriegt die Chefin, kriegt von ihrer Assistentin nur die gesagt, es wartet ein Herr Pimmelmeier an der Tür. Dann sagte ich, Entschuldigung, es wartet ein Pimmelmeier an der Tür. Entschuldigung? Ein Herr Pimmelmeier wartet an der Tür. Und sie, ja, lassen sie ihn da rein. Und sie könnte dann gehen, aber sie nutzt diese zwei Sekunden Auftritt und schaut sie an, als ob sie einen Laser an der Stirn geknotet hätte. Und das ist so super anstrengend. Also das Beste sind die kleinen und jungen Darsteller, also die Kinder, weil die das halt einfach nicht übernehmen können. Und die reden normal. Du bist ja gar nicht mein Vater. Ich bin in einer anderen Zeit. Keine Ahnung, so ganz normale Stimme. Deine Mutter ist mein Vater. Aber das, also das finde ich halt, und das ist halt auch überall gehypt und sei irgendwie die beste, bla. Was ich gehört habe, das kann wahrscheinlich stimmen, international gut gehypt. Und dann haben sie gesagt, weil das eine echt gute Synchro hat. Weil ich gesagt, vielleicht deswegen mal probieren, dass deutsche Produkte auf Englisch synchronisiert reinziehen, weil die reden echt gruselig. Aber ich habe es angefangen mit der Synchro, weil ich, das ist... Die zweite oder die erste? Die erste. Ich gucke ja meistens die Sachen auf dem Apple TV und da kannst du die Sprache bei Netflix nicht einfach einstellen. Ja. Da musst du halt die Sprache im System ändern. Ja. Und dann dachte ich, ach, nur für Dark habe ich keinen Bock, die Systemsprache zu ändern. Ich gucke es irgendwann mal auf dem Rechner. Und ich habe es angefangen auf Englisch und das ist super verstörend. Okay. Es mag sein, dass es für englischsprachige Verhältnisse eine gute Synchro ist, aber es ist keine gute Synchro. Aber ich meine, es ist halt auch kein gutes Spiel, wenn jeder maximal halt einfach Captain Suspicious spielt da irgendwie. Ich bin auch Captain, mein Captain. Das ist halt einfach so anstrengend. Also zum Beispiel irgendwie in den 50ern, da ist ein Junge verschollen. Der taucht dann irgendwann wieder auf mit einer krassen Brandverletzung an den Ohren. Und die Mutter kommt wieder. Quatsch, die Mutter sieht den Jungen und er kommt wieder. Und ich glaube, Polizei kommt und will ihn verhören. Und der ist gerade oben im Zimmer. Und die Mutter hat gerade ihr Kind wiedergekriegt. Das heißt, die müsste aufgelöst sein oder freudig. Oder vielleicht hat sie ja was mit zu tun. Und ich finde es ärgerlich, dass der Sohn wieder zurück ist. Aber sie tritt von dem Polizisten und sagt, mein Sohn ist zurück. Und seitdem ist er nicht mehr derselbe. Und die atmen sich alle tot in den Szenen. Und was hat er denn? Er spricht nicht. Wir haben schon gedacht, er ist zurückgeblieben. Darf ich mit ihm reden? Oskar, der Polizist möchte mit dir reden. Antworte. Sitzen da zehn Leute in zehn verschiedenen Reihen? Es ist unerträglich. Und das wird halt einfach so ein Mörder gehypt. Und ich glaube halt auch so Leute, die sich dann vielleicht mit dem Schauspiel nicht auseinandersetzen. Und denken, wow, die spielen irgendwie so anders. Ja, weil die Theater spielen. Ich will auch gerade sagen, für so deutsche Arthouse-Verhältnisse eigentlich die Regel, dass sie alle so ein bisschen daneben liegen. Also es ist so ein bisschen wie Papa, die Verarsche gemacht haben. Ja, genau. Das ist eine klassische Art Arthouse-Film. Aber das noch potenziert. In jeder Szene. Und du hättest in Papa eigentlich die ganze Zeit noch. Das ist halt auch in jeder Szene. Wenn Irm in die Figur kommt, könntest du erstmal überlegen die Sekunde. Du hast keinen Moment zum Annehmen dieser Figur, sondern schon kommt die Musik und sagt dir, wie du diese Person findest. Nichts, oh, also schlimm. Aber die Story finde ich halt interessant. Das fand ich ganz interessant. Und dann halt auch mal neue Zeitreisetheorien aufgebaut. Klar orientieren die sich so an ein paar Gegebenheiten oder Gesetzesmäßigkeiten. Es wird dann irgendwann auch mal zurück in die Zukunft thematisiert und so. Aber ja, da gibt es dann halt, da gibt es eine neue Theorie. Zum Beispiel, wenn man schon mal gereist ist. Das heißt, man sieht sich in der Zukunft, dann kann man die Vergangenheit nicht mehr ändern, weil die Zukunft schon existent ist. Also wenn man einmal da war, dann war das ja die Gegenwart. Und deswegen kannst du nicht zurückreisen und quasi sagen, ich töte Hitler-Baby oder sowas. Weil das ist schon alles passiert. Sowas. Das ist halt irgendwie eine Theorie. Du dachtest, ja, okay, weiß nicht. Weil das ist ja dann, dann würdest du ja behaupten eigentlich, dass du gar nicht reist, sondern dass du schon immer irgendwo warst oder so. Aber ist ja bei Game of Thrones auch so. Also das sagt der Three-Eyed Raven, sagt das Brian ja auch. Can't change the past. The ink is dry. Ah, okay. Deswegen diese Hodor-Geschichte passiert halt so, weil sie schon immer so passiert ist. Ja. Alles ist ein ewiger Zirkel. Na gut, spielt dann letztendlich auch alles keine Rolle mehr. Was ich ganz gut finde, es gab irgendwie die Theorie, dass wenn du einen Gegenstand nimmst und den in die Vergangenheit bringst. In dem Moment, wenn du ihn in die Vergangenheit bringst, gibt es keinen Anfang mehr für diesen Gegenstand. Also der ist halt immer in einer Schleife. Apropos Game of Thrones, ich habe heute gelesen, ARD, Insta irgendwie wegen erlaubten und nicht erlaubten Namen. Ja, das war heute auch in der Berliner Zeitung. Daenerys, Tyrion und Arya gingen wohl durch? Ja, genau. Es gibt halt irgendwie mittlerweile schon 15 Babys in Deutschland, die halt irgendwelche Game of Thrones Namen irgendwie tragen. Harmlos sind wir gleich zu den USA. Ja, wahrscheinlich. Welche halt nicht irgendwie sind sowas wie, weiß ich nicht, Kartoffelmeier oder irgendwie. Also ganz verletzende Dinger, wo ich dachte, was haben die Eltern denn mit den Kindern? Geil. Ich habe es nämlich gelesen im Antikel, da hieß es auch, ja, auch beliebt Apollo oder Poseidon für die Kinder. Und, das war ich am geilsten, Wendelbert. Wendelbert? Ja. Okay. Der alte Wendelbert. Also welche nicht zugelassen wurden, war Vom Meer oder Lucifer. Graf wurde nicht zugelassen, Eisenstein, Großherzog, Chaotika, Knirpsi, Popcorn, Batman, Shaggy, Urmel, TJ, Pinocchio, Westend, Kaiser und König. Das wird König nicht gerne. Ich habe auch gedacht, was soll das? Alter, wie kann man, seinem Kind als Vornamen einen Adelstitel zu geben, ist schon. Kaiser Müller. Oder Knirpsi ist doch, dann nennen das Kind doch Knirpsi. Es spricht doch nichts dagegen, das als Spitznamen zu etablieren. Oder TJ. Das ist von wegen, wie willst du, ja, der hat keine Abkürzung, der ist die Abkürzung. Ich nenne ihn Jay. Oh, Gottes Willen. Ja, aber ich meine, das klingt auch ganz stark nach 16 Jahre alten RTL2-Eltern, habe ich bei manchen gedacht. Ja. Batman ging auch nicht. Batman. Peanut ging auch nicht. Mickey Lauder ging auch nicht. Und Ferrari ging auch nicht. Aber Porsche 911 ging. Ja, ist ja ein deutsches Auto. Ja. In der Automobilindustrie muss ja auch gefördert werden. Ja. Und damit haben wir uns wieder zu einer Stunde gepimmelt. Ja, aber ganz schön gepimmelt. Nee, hier. So, Fazit, wir schaffen es. Nicht bis zuerst mehr, Paul. Ich glaube, das erste Hindernis ist wahrscheinlich gleich so ein Balance-Ding. Das haut uns dann sofort auf die Möpse. Also, ich würde sagen, das Hindernis, also unser Special-Eigenes, dass du Buschi einfach mal einen Hoden fasst, während er live moderiert. Herr Buschi, hör mal zu hier. Mensch, der ist ja aber links ganz schön lang. Um einfach nochmal zum Hauptthema zurückzukommen. Ja. Deutsche Porno-Titel. Ja, aber wollen wir jetzt noch Hübsches gehen einkaufen oder was? Ja, holen wir noch so einen Bonsai-Ginsing. Ja, kann ich nur empfehlen. Ja, was haben wir jetzt hier? Um halb? Halb vier? Ist jetzt sechs nach? Oder früher? Ist jetzt alles noch on air. Ja. Da bin ich auch mal ein Einblick in uns. Da müssen wir näher nahbar bleiben für unsere Filme. Übrigens draußen, ne? Von wegen 23 Grad. Es ist schwülisau. Ja, es ist richtig heiß. Also ätzende Chance immer wieder. Aber dafür haben wir ja Sonntag erwartete 40. Ja. Das heißt, wenn ihr es hört, dann sind wir schon wahrscheinlich... Briketts. Sieben. Das fand ich auch geil. Unter Höchstleistung, dass der Körper ausgewachsen in einer Stunde zwei Liter Wasser wegschwitzt. Ich war... Du kannst doch gar nicht trinken. Ich war ja am Mittwoch, war ich klettern morgens. Da waren ja morgens schon 30 Grad. Und da war halt eine wirklich schwere Strecke. Und ich bin dann zitternd mit... Vom Körper laufen im Schweiß bin ich halt runter und dachte so, kann ich nicht normal machen. Sonst war es das hier gleich am Anfang für mich. Also wirklich, wo du gemerkt hast, die körperliche Form und die Anstrengung kommen zusammen. Und das geht bei den Temperaturen nicht. Ich wage mal zu behaupten, an einem guten Tag. Bei normaler Temperatur hätte ich die geschafft. Also wir hatten gestern beim... Ich war gestern... Also diese Woche zweimal, weil Mittwoch einfach nichts ging, irgendwas zu machen. Kraft mal gar. Und zum Schluss haben wir dann bei Drilleinheit war einmal drei Minuten Schlagpolster. Also alles, was wir vorstehen, ganz Faust, Knie, Ellbogen, Kopf, alles. Und dann wurde es da halt x Messerangriffe schnell danach. Und danach gab es halt nochmal eine Schlagpolstereinheit. Und das war das perfide, das hat er im Nachhinein gesagt. Weil zwischendurch hat er bei der ersten Einheit immer gesagt, noch zwei Minuten, noch eine, sowas. Und bei zweiten hat er keine Zeit genannt. Und das krasse ist, was gehört... Also wie oft ich immer hochgeschaut habe oder mein Trainingspartner, wie lange noch, wie lange noch. Und da war es halt immer das ein Burpee, ein Fußtritt ins Schlagpolster und dann rechts-links Kombination, beziehungsweise links-rechts. Und das saugt so schnell die Energie. Also der Burpee und danach den Tritt, das war halt so nach acht Dingern, das habe ich schon so die Beine gemerkt. Und das war so komisch für die Psyche, weil du hast nichts, was runtergeht. Deswegen hast du mir gedacht, habe ich jetzt den Pace noch, dass es aushält oder nicht? Muss ich hochfahren, weil es gleich zu Ende ist? Und der andere hat auch noch gesagt, ja, weiter, nee, du bist, ja, weiter, ist alles super. Und da war es halt dann so, dass mein Trainingspartner, als er hochkam, der hat so geschwitzt, dass er beim Schlag kam halt aus dem Gesicht. Nicht irgendwie einzelne Tropfen, sondern immer so ein kleiner Schwall Wasser, dass ich mein Schlagpolster so hochgenommen habe, dass ich mein Gesicht damit schützen konnte. Weil ich wirklich nicht nur die Fäuste abwehren musste, sondern halt auch sein Wasser. Nice. Alter, das war immer so krass. Und dann hast du auch immer die Leute gesehen, die beim Burpee runter, also wenn sie in eine Ausgangsposition, in eine Liegestützposition wieder gingen, ein oder andere mal schön auf die Fresse gelegt hat, weil unten schon so ein See, also der Boden ist halt auch so ein Laminatboden. Und dann sind die dann immer schön weggerutscht. Aber kommst du schnell nach unten. Aber das war ganz geil. Er meinte halt von wegen, das ist halt eine einfache und total effektive Methode, halt die Kondi zu trainieren. Irgendwie Burpee mit Tritt- und Schlageinheiten zu kombinieren. Du kannst so schnell die Leute platt machen. Und dann meinte er, er sieht dann halt immer gerne, weil wir haben auch ein paar Leute, die richtig Kraftsport nebenbei noch machen. Und dann meinte er, da kann halt einfach, die einzelnen Muskelgruppen können nicht so viel Sauerstoff anreichern, beziehungsweise durch Atmung halt im Blut halt hinbringen. Die stehen halt einfach da und du siehst halt einfach, die Arme und die Beine gehen nicht mehr hoch. Und die stehen halt einfach nur da und merkst halt, der Kopf gibt quasi so Anweisungen. Und dann gibt es so dieses Nicken so von denen, wo ist denn mein Fuß? Und da passiert nichts mehr. Und die sind dann halt immer mit diesen großen, schwitzigen Angstaugen, stehen halt vorm Polster und es passiert nichts mehr. Ich meine, die sind halt einfach richtig durch. Das ist halt einfach total schwer. Das könnte man trainieren, das ist aber für die wesentlich anstrengender, wenn du halt so einen richtigen Muskelberg dann halt versorgst mit Sauerstoff. Aber mein geiles Bild war die halt so, die ersten Tritte sind halt so, dass sie dich durch den Raum schicken. Und dann ab fünf siehst du richtig, ich bin nur gebaut für zwei starke Tritte. Naja, aber gut, draußen musst du ja wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Wenn du halt einfach so, wenn so ein Stier dich einmal tritt, dann, auch wenn er dich blöde trifft, dann fliegst du halt trotzdem. Also nicht gut, nicht richtig. Deswegen Kniestöße, finde ich total geil. Egal, ob jemand blockt oder nicht. Meist triffst du echt. Knie ist halt hart, ne? Ja, ja. Kannst du halt, obwohl er meinte, es gibt auch noch so viel Fehler, dass manche diesen rechten Winkel halten und gerne hier unteres Schienbein treffen. Wo man meint, das hat nichts mit Knieschütze zu tun, weil es ja eigentlich hier triffst. Und wenn du da, kannst du richtig schön aua. Wenn der auch noch irgendwie einen Block oder irgendwas mit dem Ellbogen hält und du machst, egal. Spannende Story. Schick uns mehr. Nächste Woche mehr. Wir sind für Nüsse mit Dirk und Klaus auf allen Podcast-Apps. Für Nüsse at gmail.com für eure heißen Fragen. Wir sind auch auf YouTube. Genau, für Nüsse mit Dirk und Klaus auf dem YouTube-Kanal für Nüsse mit Dirk und Klaus. Ja, oder add für Nüsse pod auf Twitter. Ja, in diesem Sinne. Haferflocken.